Seit Wochen führt die FPÖ in allen Umfragen. Über 30 Prozent werden den Freiheitlichen mittlerweile nachgesagt. Auch in der Kanzlerfrage führen die Blauen. Herbert Kickl ist seit Wochen klare Nummer eins. Trotz dieser Zustimmung im Volk will keine Partei im Parlament mit den Freiheitlichen in eine mögliche Koalition nach der nächsten Nationalratswahl. Auch die ÖVP schließt eine solche vehement aus. Der Grund? Herbert Kickl. Das betonte Bundeskanzler Karl Nehammer im ZIP2-Interview in der Nacht auf Donnerstag. Hier ein Ausschnitt. Haben Sie da gestern nur eine Koalition mit Herbert Kickl als Kanzler ausgeschlossen? Oder schließen Sie jede Koalition der ÖVP mit der FPÖ auf Bundesebene aus, solange Herbert Kickl FPÖ-Chef ist? Das Zweite ist der Fall. Keine Koalition mit der FPÖ, solange Herbert Kickl Parteichef ist? Der Herbert Kickl ist ein Sicherheitsrisiko. Wie bin ich zu der Ansicht gekommen? Sie wissen, wir haben gerade das Memorandum of Understanding unterzeichnet für Sky Shield. Da geht es um den balistischen Schutz, den Raketenschutz für Österreich, für die Menschen in Österreich. Herbert Kickl ist gegen dieses Projekt. Er hat die Neutralität vorgeschoben, was tatsächlich kein Argument ist. Denn Neutralität hat eben auch wehrhaft zu sein. Sky Shield, der Raketenschutzschirm, kann uns dabei helfen, Österreich, die Menschen in Österreich besser zu schützen. Das verweigert er und deswegen ist er für mich ein Sicherheitsrisiko. Nur damit ihr es nochmal verstanden habt, weil Ihre erste Antwort tatsächlich sehr knapp und präzise war. Aber vielleicht haben nicht alle aufgepasst. Solange Herbert Kickl Parteichef ist, gibt es keine Koalition mit der ÖVP. Herbert Kickl ist ein Sicherheitsrisiko. Mit ihm ist kein Staat zu machen. Dabei bleibe ich. Herbert Kickl ist ein Sicherheitsrisiko. Allerdings, viele Österreicher fragen sich seit Tagen, warum ein neutrales Land wie Österreich dem NATO-Projekt Sky Shield beitreten soll. Viele sehen den Beitritt als Zersetzung unserer immerwährenden Neutralität. Einer davon ist eben auch Herbert Kickl, der wie berichtet auch eine Volksabstimmung über den Beitritt in das NATO-Projekt Sky Shield fordert. Was ist daran ein Sicherheitsrisiko? Zur Info, mit dem Sky Shield-Programm wird ein satellitengesteuertes Abfangnetz über alle in Europa beteiligten Staaten installiert. Dabei werden sowohl ballistische Raketen als auch Flugzeuge direkt abgeschossen. Vorbild dafür ist der israelische Iron Dome. Was sich gut anhört, ist jedoch auch eindeutig eine Abgabe der Verteidigungsfähigkeit der Staaten an Dritte. Da über das Schild im Zweifel Soldaten fremder Staaten bestimmen. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenegger sagte jüngst in einer Pressekonferenz, dass die NATO in Österreich Raketen stationieren und sich so strategisch verbessern würde, während wir zum Ziel anderer Länder werden. Hören Sie selbst. Wenn man diesem Raketenschild beitreten möchte, dann wird es wohl auch dazu kommen, dass natürlich auch in Österreich diesbezüglich Infrastrukturmaßnahmen gesetzt werden. Sei es die Stationierung von Raketen, sei es die Errichtung von Leitzentren oder ähnliches. Aber eines ist klar, mit der Richtung von Leitständen oder von der Stationierung von Raketen muss uns bewusst sein, dass Österreich damit natürlich auch zum Ziel werden kann. Darum, so der FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl, dürfen wir das nicht zulassen. Die Österreicher müssen in einer Volksabstimmung klar entscheiden können, ob sie für die Sky-Shield-Beteiligung und damit den Weg der schwarz-grün-rot-pinken Einheitspartei in Richtung NATO sind oder unsere immerwährende Neutralität, die unser zehntelang Sicherheit, Frieden und Ansehen in der Welt garantiert hat, erhalten wollen.